Hallo Inna! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüsse euch zu einem weiteren Video. Heute im schönen Sitzberg. Dort hinten sieht man noch die Militärantenne. Das ist meine dritte. Dabei heute Louis. Hallo Weitereinander. Ciao zusammen. Pso MTB. Kleiner YouTube-Channel. Gehen wir mal vorbeischauen. Helfen wir ihm auch ein wenig zu wachsen. Wir gehen ein paar Trails anschauen, die sie mir heute zeigen. Ich bin es noch nie gefahren. Ich bin aber gespannt. Bleiben wir dabei. Ich wünsche euch viel Spass. Peace. Jetzt sagen wir mal, der Patrick ist von uns. Dann kommt der Louis vor uns. Jetzt ist alles trailt. Wo ich überhaupt nicht kenne. Spann ich auf. Jetzt hat man durch die Strasse. Das ist wahrscheinlich nicht zu dicht dran. Ich sehe mich noch rutschig da. Das ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Schön hier auf der Ridge. Schaut euch das mal an. Richtig nice. Das ist wirklich etwas tricky für mich. Jetzt war der erste Run. Es ist feucht. Rutschig. Hier sieht es wieder recht gut aus. Ein bisschen mühsam mit der Bremse. Ein bisschen rein droppen. Wow. 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 Wann hat Spass gemacht. Wann hat Spass gemacht? Ja. Es ist ein bisschen schwierig mit wo Bremsen. Aber... Wow. Jetzt ist es nahe. Ich sehe nichts. Hast du da? Es ist einfach... extrem rutschig. Und meine Frage genau. Halt die Kurve. Was meinst du? Du darfst einfach nicht oben rauskommen. Sonst bist du weg. Achtung. Wann gehen wir? Ja. Es ist... echt tricky. Null Kontrolle. Wann gehen wir? So. Jetzt haben wir uns hier in Schauerberg geschafft. Hallo. Sehr nice. Blendet. Aber verrückt. Wir haben schon eine rechte Runde. Jetzt gehen wir hier runter auf die Turbi. Sehr geil. Noch mal ein bisschen Trail fahren. Freut mich. Das letzte Mal. Vor irgendwie... mehr als einem Jahr da durch. Das drin ist im Kopf. Wow. Da rutscht es ziemlich. Nassen Wurzeln. Alles ein bisschen anders im Kopf da. Das macht er da unten. Kann er mir natürlich auch da hinten. auf den. Woelle Software voitures. Eine kurze Runde. Klarscht das. Droppe. 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 So, der Juli hat leider nicht mehr mitgekommen, er hat kein Abkommen am Bike, was er nicht richtig geladen hat. Wir machen jetzt hier noch den zweitletzten Trail und auch den kenne ich jetzt. Einfach mal blind links hier am Führer noch, wow, das wäre ein Baum gewesen, ja die Stufe und die Verbände eigentlich da, ein bisschen für Wegenfürchtigkeit. Das ist flizierender. Wie geil! 15. Schick der Bierabend. So, wir haben unsere Runde geschafft, knapp 25 Uhr, er ist erschöpft, aber ich noch viel mehr. Nein, es war geil, es hat Spass gemacht. Es war echt schön warmes Wetter, super coole Runde. Und ja, ich hoffe euch hat es auch gefallen. Wenn ich habe vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, Daumen hoch zu lassen, schaut unbedingt mal bei ihm vorbei. Natürlich habe ich ihn in der Beschreibung verlinkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Peace! Ciao zusammen! Die Freく kamp GO! those für jemanden sind so schnell scheineckung. Tschüss! wandering shaun und drew Chiezen. Es war Battenatel. Kannst du bist jetzt auf Москв economisch Glas Și packseln. TIME auf 있나. Vielen Dank.